Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Wolfenstein The New Order. Ja, ihr könnt doch mal in den Kommentarschrank, ob ihr das überhaupt sehen möchtet auf meinem Kanal. So, wie soll das Schwierigkeitsgrad aussehen? Darf ich spielen, Papi? Tut mir nicht weh. Lass ihn nur kommen. Der leibhaftige Tod oder Extrem? Wir nehmen natürlich das hier, darf ich spielen, Papi. So, solche Spiele spiele ich am liebsten auf dem Schwierigkeitsgrad. So, Intro-Film. Okay. Das war ja ein sehr kurzer Intro-Film. Wir sind hier an Bord unseres Flugzeuges. Anscheinend. Oh. Oh. Leskowitsch, nach hinten. Schnell machen Sie die Treibstoffleitung zum Motor 6. Nicht schnell. Okay. Das sieht wirklich fantastisch aus hier. Ich sollte mich wahrscheinlich beeilen. Und, äh, ich hab das natürlich schon... Finden Sie, was Sie brauchen. Eine Zange und Draht. Ja, ich hab das natürlich schon vorhin ein bisschen... Uh. Angespielt. Ja, doch. Richtig ab, Junge. Richtig ab. Ja, ja. Oh. Okay. Warte. Ich speier mich. Jot. Achso. Das ist das Tüterio hier. Stimmt, ja. Ja, doch. Ich beeile mich ja. Komm schon. Der Letzten. Ich schieb auch noch mal hinterher, ja. Okay. Alles klar. Ich komme. Oh. Wahnsinn. Okay. Ich bin da. Ach. Saubere Abschüsse. Saubere Abschüsse. Komm schon. Stopp. So. Das sind ja unsere hier, oder? Die Jäger, die die anderen. Mann. Komm schon. Oh. Wo denn? Ich seh nix. Ja. Ich kann nix machen. Oh shit. Der Tod klopft wieder an. Er ruft mich. Macht er hin da. Ich muss einen Krieg gewinnen. Alter. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz. Boah. 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 Alter. Okay. Alter. Heftig. Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle zieht sich wie ein Zegelstein. Sackewürfel für die... Oh oh. Kondor 9, bitte kommen. Kondor 9. Scheiße, das ist mein Truppentransporter. Kondor 9, bitte kommen. Bitte kommen. Kondor 9. Hier ist Kondor 9. Wer spricht da? Private Wyatt, 109. Luft, landet Regale. Na schön, mein Jungen. Hören Sie mir jetzt gut zu. Alter. Sehen Sie das Steuerrad. Ja, Sir. Gut, nehmen Sie es in beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall breiten, verstanden. Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Alter, Alter, Alter. Scheiße, wir packen uns wieder. Okay, Private Wyatt. Sie müssen noch was für mich erledigen. Sir. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Ja, toll. Muss ich da jetzt rüber oder was? Oh nein, nein, nein. Beskowitsch, machen Sie die Kompin-Tür auf. Sie müssen sie... Okay. Ach, Scheiße. Dann los! Okay. Warum? What? Oh shit. Okay. Da steckt ein Flugzeug drin. What? Oh, oh. Oh, oh. Das war ja vorauszusehen. Ach du Gott. Was passiert denn jetzt? Laden, laden. Hey. Okay, ich muss anscheinend hier... So, linke Umschalttaste und dann... Yes. Komm schon. Ach, gut. Okay. Oh, oh. Uh. Was war das denn? Was war das denn jetzt für ein unsinniges Manöverraum? Sind wir da jetzt rübergesprungen? Was ist denn? Alter. Okay. Was sieht es denn hier aus? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Negativ, Kondor 9. Kurs beibehalten. Das ist ein Dötchen. Wir haben hier abgestochen. Oh Gott. Wenn wir uns scheitern, dann verlieren wir Europa. Ganz einfach. Oh. Oh shit. Verdammt. Wenn wir Totenkopf jetzt nicht aufhalten, Pörges, ist es vorbei. Wir werden den Krieg verlieren. Hey Gott, ich höre Sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Vor uns liegt seine Basis. OSA-Command, Ende. Kondor 9, Ende. Halten Sie sich fest, Masker. Gleich krank, es wird eine harte Landung. Scheiße, das ist halt davor. Brot. Alter. Es ist der Morgen des 16. Juli 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Das ist der Suche an alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wende sorgen. Okay, was ist das? Ein Viech. Oh. Stahlhund. Okay. Er ist anscheinend tot. Okay, geht nicht auf. Ich musste anscheinend... Äh. Geh weg. Kiste. Ich nehme mal mein Messer. Geht auch nicht. Komme ich denn jetzt hier raus? Scheiße. Wie komme ich hier raus? Fuck. Wie komme ich hier raus? Hallo? Wartet mal. Äh. Ich komme hier nicht raus. Gibt es doch nicht. Liegt irgendwas rum, was ich hier brauchen könnte? Kann mich jemand hören? Ah. Fergus, wie ist Ihr Status? Vescovich, bei uns hier ist die Katte am Dampf. Wir sitzen hier am Flieger fest, während uns irgend so ein Azzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz. Ich habe das gleiche Problem. Sitze in den Tunnel fest. Vescovich, sehen Sie das da drüben? Hey Private Wyatt, leuchten Sie. Vesco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus. Ja, so. Oh. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen wir verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschütztaub unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können Ihnen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Anscheinend hat es unser Flugzeug zerrissen. Ich komme zu Ihnen. Kranke Scheiße, ey. Okay. Okay, jetzt kann ich die Kiste kaputt machen. Wow, wow, wow. Alles klar. Ich muss mal kurz gucken hier. Geh mal weg. Weg. Shit, verdammter. Was ist das jetzt? Warum? Hä? Ich muss da da lang oder nicht? Aber. Ah, drunter durchrutschen. Okay. Wenn es von Totenkopf's Biestern hätte, den man schon längst töten soll. Okay. Dann schwimmen wir nochmal. Hier rüber. Ich glaube, das ist der Weg. Ein bisschen schneller schwimmen wir. Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, ich bin da. Am Geschützturm. Ist er das? Ne. Das ist ein Cockpit. Das ist eindeutig ein Cockpit. Dann müssen sie noch weiterschwimmen. Ah, da hinten müssen wir hin. Und. Alter. Komm schon. Schwimm rein. Okay. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich bin drin, ja. Im Schützstand. Na dann los. Okay. Kommt noch einer an die Schüssen hier. Den Großen werde ich damit nicht bekämpfen können. Glaube ich jedenfalls nicht. Mit Riesenvieh hier. Oh. Okay, Blasco. Wollen Sie hören, wie wir diesen Traumschirm vielleicht Leben überqueren können? Ja, bitte. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir angeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Okay, das ist ähnlich. Die Landung noch mal die hier. Alles klar. Wir brauchen nochmal. Eine modifizierte Thompson. Geil. Alter. Ich bin nicht schon drin im Bunker. Warte. Nee. So, sind wir da reicht. Granate. Okay. Okay, okay, okay. Hier runter. Alles klar. Stamm vor. Linke Alt-Taste und S gedrückt halten. Aha. Okay. Hier geht die Tür auf. Alles klar. Was lag hier noch? Stahl hin. Oh, ich fahr hier mal ein bisschen schneller durch rennen. Besser ist es. Schade. Ja, da ist schön Munizierung, meine Lieber Schade. Scheiße. Okay, das erscheint hier, äh... SDG 44. Ja, SDG 44 eindeutig. Nur modifiziert. Hier geht's nicht durch. Muss ich hier hoch, ja. Alter. Höftig. Weiter, 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 weiter. Oh nein. Scheiß Viech. Okay. Das ist jetzt ja ein Riesenvieh, ey. Okay. Bisschen Munizierung einsammeln. Da war noch ein bisschen was. Aua. 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 Komm schon. Komm schon. He 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 he. Das ist eine ganz neue Dimension des Krieges. Die brauchst du ja schon des Lebens an sich. Oh, zwei Stück davon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss man nur lang her. Hier? Ne. Hier hoch. Wo muss ich lang? Da unten bestimmt lang. Gucken wir mal. Ja. Das ist weh davon. Geil. Alles schön einsammeln. Mal nachladen. Eigentlich reicht doch eine davon. Ne. Das ist ein bisschen schnell. Ne. Ich schoss. Viel gestalten, ne. Da lang oder da lang? Hm. Gute Idee. Ich guck mal hier. Hier ist Matbag. Also doch da hinten lang. Ich schaue mit der Munition rum. Okay. Das haben wir. Was ist das hier? Alter. Hüftig. Gute bestimmt Bläwe raus, wa? Gucken wir mal hier lang. Geht's nicht weiter. Munition. Helm. Munition. Hier liegen noch Handmanaten rum. Ich glaube, da kommt gleich hier raus. Na. Sprengladung anbringen. Und wir gehen mal 1MG ran. Zack. Da stehen gleich irgendwie an, die schießen. Oder auch nicht. Okay. Gucken wir nochmal. Mauerwerk natürlich noch. Okay. Vorstand. Okay. Okay. Ich spring mal hin. Ich spring mal hin. Das ist mal alles. Wollten sammeln. Zack. Zack, 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 zack. Weiter geht's. Munition. Je. Alter. So. Hier wollen wir schon. Geht's nicht weiter. Hier oder was? Ach, da oben doch. Wir müssen nach oben. Hat er gesorgt. Müssen wir hoch müssen. Rüstung. Wir haben das nicht gehört, oder was? Die Schüsse. Das können die mir noch nicht erzählen. Rüstung. Rüstung. Wir sind an dem Stampfe vorbeigekommen. Leeren uns die Krippe direkt unter Totenkompsbasis. Wir brauchen ein verdammt langes Seil, um da hoch zu klettern. Okay. Okay, ein paar mehr, Leute. Warte. Wir haben auch die Möglichkeit, die Granaten zurückzuwerfen. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was ist das? So, der ist tot. Ah, vielleicht könnte ich damit den großen Walker ausschalten. Gucken wir an. Ich flück mal an, ich. Oh, oh, Feuer gleich. Ei, 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 ei. Okay. Uh. Na, nee. Nicht gesehen. Hier muss noch irgendwo eine Kanone sein. Funkraum. Was machen wir das tot schalten hier? Strom aus. Wofür auch immer das gut ist. Die stehen einfach so rum. Herrlich. Uhu. Okay, okay, okay. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, 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 okay. Ah, wo bist du denn? Nein, irgendwie, so kommen die auf immer alle hinter mir, denn wieder ist, äh, ein bisschen unlogisch. Okay. Alles klar. Die Kommentare, herrlich. So, warte, zieh los. Nicht noch was. Kommen wir anscheinend nicht weiter. Wir müssen bestimmt hier gleich warten auf den, auf den Typen. Guck mal, unten noch müssen wir was einsammeln. Bisschen Munitioni. Wo müssen wir denn jetzt lang eigentlich? Null Granaten. Wer schießt denn da? Ist er tot? Ich hoffe doch. Gucken wir mal, ob wir irgendwie hoch können. Ich glaube, dass wir hier irgendwie weiter müssen. Aber wie? Rutschen wird's nix. Darüber klettern auch nicht. Wo geht's jetzt hier weiter? Liebe Leute, lasst euch sagen. Drunter geht nicht. Hm. Irgendwas übersehen? Hinweis. Bereich wird überwacht. Das ist schön. Dass es überwachen wird. Gut, Leute. Ich würde sagen, äh, das war's erstmal mit dem Part hier. Wenn's euch gefahren habt, dann könnt ihr ja einen Kommentar da lassen. Oder auch ein Däumchen, ein Abo. Wäre ich recht froh drum. Unterstützt mich ein bisschen. Und ich bin erstmal aus. Macht das gut. Ciao.